Hey Freunde der Nacht, willkommen zurück. Wir sind im letzten Video beim Tempel einem Etty gegenüber gelaufen und mit denen sollte man nicht spaßen, sondern sie so schnell wie möglich vernichten, bevor sie irgendwie zuschlagen können. Das habe ich jetzt auch vor. Auf deinem Service. Die sind mir zu gefährlich. Wieder Zeug zum Looten. Jede Menge Zeug. Zeit zum Speichern. Ich bin gerade... Warum steht da plus 20? Man weiß es nicht. 44. Jetzt wo ich nur noch 15 Minuten wehe. Was hat denn er? Hm. Egal. Was ist hinter dieser Tür? Gar nichts? Doch. Da ist noch eine Geheimtür, die wir natürlich wieder nicht sehen. Okay. Dafür gehen wir mal nach Süden. Aha. Ich bin auf. Secret Door. Okay. Exakt. Wir hätten also den Ettyn... Ne. Hätten wir nicht. Dann gehen wir erst die südliche. Sag mal... Hallo? Ihr... Ihr scheint mir ein seltsamer Hügelgigant zu sein. Nein. Hügelgiganten... 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 Äh. Okay. Jetzt sind sie uns doch feindlich und ich bin natürlich mittendrin. Da sollten wir schnell was machen. Kümmern wir uns um Ablenkung. Zack. Du kannst nichts mehr. Der Bär? Greif an. Okay. Jetzt hilft nur noch Feuerball. Well, natürlich kann ich das tun. Arme Spinne, aber die muss das überleben. Nein, natürlich. Sie ist gleich tot. Wäre ja langweilig, wenn man irgendwie was schaffen würde. Ja, Herr. Ha. Oh, oh, oh. Ja. Tö-tö-tö. Tö-tö-tö-tö-tö-tö. Nein, ich gehe voll weg. So. Okay. Au. Au. Ich glaube, unsere Cobra stirbt. Dafür stirbst du. Und jetzt. Richtig. Ach, Mann. Warum triffst du nicht? Schauen wir nochmal rum. Wo sind die? Da hinten sind sie. Das heißt, perfekt für einen Soundpust. Der Bär. Ja, dankeschön, Bär. So. Was haben wir noch? Natürlich einen Feuerball. Und der macht dich jetzt fertig. Oder auch nicht. Dafür haben wir noch einen Flammenstrike. Der macht euch jetzt aber fertig. Bude nahe. Hallo? Wie weit kommen die denn? So. Weg. Hügeljäger, wir müssen doch noch irgendwas haben. Geht das vielleicht? Poisoned. So, komm, du kannst ihn doch töten. Danke. Es bleibt übrig einer. Für den haben wir doch noch was. Komm, einen Eissturm haben wir noch. Sollte ihn Near Death. Ja, das sollte ihn bald erledigen. Er läuft. Hallo? Äh, lächerlich. Jetzt, klar, bin ich gegen meinen Tisch geknallt. Bring ihn wieder zurück. Danke. Und der Bär. Target Tufa. 89. Zeit für ein magisches Geschoss. Das war's mit den Hügelgiganten. Was auch immer sie verteidigt haben. Jetzt gehört's uns. Kümmer dich erst mal wieder um meine Cobra. Nochmal. Hat's ganz schön mitgenommen. So. Jetzt bist du wieder vorzeigbar. Nichts. Kann sein, dass diese Hügelgiganten alle so Geldhorter sind. Ha. Also hier gibt's tatsächlich gar nichts. Was habt ihr beschützt? Ha. Seltsam. Ihr sollt auch raus, wäre auch Möglichkeit. Okay. So. Unsere Crew speichert, bevor sie schläft. Weil, äh, Baum. Rest. Nein, äh. Nur acht Stunden. Damit sind... Oder auch nicht. Ha. Damit die Zaubersprüche wieder aufgeladen werden. Die Spielmechanik ist auf jeden Fall ganz lustig, aber... Och, komm. Wollt ihr mich jetzt verarschen? So. Einmal. Ja, Sir. Okay. Komm. Töte irgendwen. Komm, den können wir nochmal töten. Nee, der... Lächerlich. Hä? Warum trägt der zu viel? Hill Giant Rock? Hä? Ja. Badly injured. Komm, gib ihm den Gnadenstoß. Oder auch nicht. Warum triffst du nie aufs erste Mal? Ich bin auf. So. Wie du wünschst. Natürlich. So, der Bär tötet ihn anscheinend nicht, aber andere töten ihn. So. Warum, was trägt er denn? Hill Giant Rock? Hä? Lustig. Hat wohl einen... Hat wohl es auf die Nase gekriegt. Ist ja auch lustig. Okay. Nächster Versuch. Acht Stunden. Nein, natürlich nicht. Was soll denn das? Können wir nicht einfach mal in Ruhe schlafen? Ich mochte das noch im Modehaus. Da hatte man extra Platz, wo grün ist. So. Ja, komm. Jetzt rasten wir nochmal. Ähm. Probieren wir einfach nochmal. Hey! Und noch ein Etin sagt hallo. Komm, das probieren wir jetzt nochmal. Sieht ja lustig aus. Okay. Haben wir überhaupt noch irgendwas an Zaubern? Cloud? Okay. Hm, ja, so. Ach komm, nee. So ein Shit kann man hier... Kann man hier nicht in Ruhe einmal schlafen acht Stunden? Ich meine, klar, es ist logisch, aber... Lasst uns doch... Ja, genau, Bea, danke fürs Schließen der Tür. Komm. Na, äh. Acht Stunden. Ich will doch nur acht Stunden meine Ruhe. Warum könnte wir das nicht lassen? Und jetzt, bitte töte ihn einfach. So. Hau ihn weg. Dir der... Oh. Er kommt nochmal zum Schlag. Er kommt nochmal zum Schlag. Er kommt nochmal zum Schlag. Er kommt... Alte! Ja, Sir. Lächerlich. So. Oh, naja. Wieder jede Menge Zeug. Können wir denn nicht endlich acht Stunden ruhen? Nein! So. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Probierst du mal, Bea. Ach doch, du hast eine normale Waffe. Eine stumpfe Waffe. So. Ja. Injured. Solange er nur auf den Bea geht. Wir können alle nichts machen. Okay. Badly Injured. Das ganze Video besteht jetzt eigentlich nur noch daraus, dass wir versuchen zu schlafen. schlafen, oder? Au. Hilf trotzdem. Könntest du bitte wie viele HP hat denn das Vieh? Schade. So. Und jetzt will ich nur schlafen. Nur schlafen. Es kann doch nicht sein. Wollt mich verarschen, dass man hier und nicht schlafen kann. Hass. Ne, dann schauen wir halt so mal rum. Werden wir ja schon merken, wenn wir nicht weiterkommen. Da ist eine Tür. Ach, da. Oh. Und natürlich schaffen wir das nicht schnell. Die haben Atkins. Die haben Truhen. Okay. und der ja fängt gut an. Hallo. Ja. Was haben wir noch? Cloud Kill. Komm, probieren wir's mal einfach. In der Hoffnung, dass es irgendwas tut. Haben wir noch irgendwas anderes großflächiges? Äh. Ja. Ich leck mich. Ich wollte doch nur schlafen. so. Der nächste. Das ist schon sehr ärgerlich. Ich dödel. Jetzt habe ich einfach voll ins Mikro geatmet. Tut mir leid. Go Bear. Irgendwie hat der Bear keine Lust. Naja, solange sie nur auf ihn gehen. So. Wir haben leider keinen Feuerball mehr, aber dann sieben, zack, der ist schon mal weg. Haben wir noch irgendwas? Nein. Dann bleibt dir nur übrig, dass du angreifst. Unwichtig. Tu den nahe. Unwichtig. Badly injured. Den hat's erwischt. Und das möchte ich bitte mit dir auch. Haben wir noch Core Lightning? Ja. Und tschüss. Das war's mit den drei Ateens. Dankeschön. So, wieder schon zu viel Zeug. Ich glaube, wir müssen schon wieder zurück, aber das mache ich dann wirklich off screen. Ach, du Heilige. Ach, der kann das nicht tragen. Nimm das mal du. Das kannst du dafür tragen. 71 von denen. Okay. Du da. Du da. So. Probieren wir's nochmal. Man weiß es nicht. Safe game. Ach, du Heilige. So. Bevor wir uns um die Truhen machen, bitte jetzt lass mich doch einmal rasten. Nein, natürlich nicht. Dafür. So. Und so geht das jetzt bitte in Zukunft die ganze Zeit. Danke. Ja, es hat einmal hingehauen. Oh. Okay. Was ist in diesem Truhen? Add-ins Chest. A? Ah, Treasure Chest und B. Schauen wir mal da rein. Und? Successfully picked. Und es ist eine Falle drin. Ja, interessiert mich nicht. So. Gut, eine leere Truhe. Okay. Und? Was für eine Falle haben wir hier? Ah. Unwichtig. Okay. Und um die kümmerst du dich bitte nochmal. Ja, Sir. Ich finde es toll, dass sie mit mir Sir anreden. Okay. Ja, natürlich das gleiche Zeug wieder. Gut, dann looten wir das. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann.